Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ark Extinction, hier im Sunken Forest wieder und mit Maeve. Hallo. Juhu, hallo. Wir haben uns folgenden Planungsrecht geschmiedet. Wir wollen diese Folge einfach mal uns auf die Eulenzucht konzentrieren. Wir haben schon einiges an Eiern, also wirklich viel Eier, brüten lassen. Dafür haben wir die Hedge gecraftet. Das ist die hier. Ich bin doch gerade wieder zurück geflogen. Und das Ding sammelt ganz alleine die Eier ein und brüttet sie runter auf 0,6 Prozent. Das heißt, wir müssen sie nur noch rausschmeißen und stüpfen lassen. Und dann geht's ab. Und prägen, genau. Und dann geht's ab. Wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Und da sind wir beide jetzt gerade schon am Farmen. Ist aber ziemlich schwer hier im Fleischrand zu kommen. Ja. Ich finde, ne, ja, ne, das jetzt nicht, aber man bekommt richtig wenig irgendwie raus aus den Tieren. Das finde ich schön. Ja, vor allem, ich merke das gerade mit dem PT. Ja. Oh ne. 140er, Achtung. Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs sein muss, bis ich, äh, mal so, keine Ahnung, für eine Eule, für ein, gerade mal ein Baby. Fleischhaft. Ich will was probieren. Hörst du das? Ich höre nix, ne? Okay. Ich bin unter deiner Weiß. Ne, ich meinte im TS jetzt, aber es hat nicht funktioniert. Achso. Ne, hab nix gehört. Schade. Oh, Tech-Stego. 114. Gebt mir dein Fleisch. Boah, diese verschissenen Titano-Tentran-Tentrominierer. Wenn die mal übrigens öfters kommen würde, wenn man ein Tieren braucht. Ja. Aber genau dann kommen die hin. Ja, aber da bekomme ich halt immer so viel oder so raus. Das ist auch so richtig mühsam. Die spinnen. Musst du, glaube ich, abhacken mit der Axt oder so. Als ich oben war bei dir an der Base, da habe ich viel von den Spinnen. rausbekommen. Mit dem PT. Die Tiere hier vielleicht müssen noch, ne? Muss ich hier weniger geben? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Hä, doch. Was macht das denn für ein Geräusch? Da haben wir 14 Eier. 20, 21. Kann nicht mehr laufen. Wo ist denn dein Futtertruck? Wo ist denn dein Futtertruck? Wo ist denn dein Futtertruck? Äh, hinten im Tierstall. Wo ist das? Dann hat ich es ein bisschen weit entfernt. Ne, das ist logisch. Hier hinten kannst du auch raus. Ja, aber ich bin langsam. Dann packe ich dir auch die Eier in die Eule. Dann schmeißen wir jeder welche raus. Nehm ich, ja, am besten jeder elf Stück, ne? Ja. Wir haben 22. Aus dem Kühlschrank die jetzt. Die habe ich schon geholt. Dann packe ich die hier in die Eule. Ah. Dann nehme ich die Eier in die Eule. Ne mega geile Farbe. Ja. Aber die sieht noch besser aus. Ja. Finde ich auch. Hat die braun oben am Kopf? Oder was ist das? Jaja, das ist braun. Also beige, dann hellbraun und orange. Voll schön. Und die weiße Pfoten? Die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube nicht. Komm mal mit. Warum? Ne, kann sie gar nicht haben. Beige. Oh, wie süß die sind. Ja. Ich kann stundenlang angucken. Was für einen langen Hals die haben. Okay, bevor die Eier kaputt gehen. Ja. Würde ich sagen, fahren wir jetzt mal an. Nehm ich mal. Ich pack mal eben den PTA zur Seite. Ich nehme erstmal vier. Weil es kann sein, dass da Zwillinge rauskommt. Da hast du hier 50.000 Tiere. Ja. Verliest den Überblick. So. Eins. Oh. Erst schon mal das. Ah. Ah. Behalten? Ja, hallo. Ja, mach mal erstmal. Okay. Alles was nicht. Können wir noch danach ausmisten. Packen erstmal bei jedem Fleisch rein. Und misten danach aus. Ja. Gute Farbe. Beige. Braun. Weiß. Ich glaube es ist braun, beige und rot. Rote Streifen. Oh, sind die süß. Ja. Hey, guck doch mal nach hier hin. Möchte nicht. So. Dann die nächste. Was hat die für Stats? Habst du ganz geguckt? 5000 Leben. Und dann die aktiven. Nochmal so einer. Nochmal bei 120. Dann kommt die weg, die claimen wir nicht. Gott. Die steppt von alleine, glaub ich. Jo. So. Tut mir leid. Die 8. Tschüss. Da ist der Ausgang. Die claimen wir nicht. Kann's gehen. Oh, da ist schon wieder grün. Hundertfünfundfünfzig? Aaaaaaaaaaah nee. Nee. Wutsch weiter. Also wenn's ne grüne sein muss... Ja, wenn's ne grüne ist, dann muss die mindestens 180 sein. Oh mein Gott! 202! Nein! Okay. Die werden geclaimt. Ja, eine? Ist die alle? Alle 202! Ähm... Männchen, Weibchen, Männchen. Kurz die Männchen gucken, ob die dieselben Stats haben. Zehntausend Leben. Und... Zehntausend Leben, ja. 1.800 Faminer. Männchen, Männchen ist egal, behalten wir. Äh, lass mal eben vergleichen, weil da müssen wir nicht beide machen. Ich pack mein Fleisch rein. Hab schon, ja. Okay. Ähm... Also, der hat 10.107 Leben. Ja, der hat 10.107. 1.800 Staminer. 1.300 Oxygen. Ja. 11.300 Essen. 712. Ja. 846? Ja, dasselbe. 107.836. Ja, dasselbe. Ja, dasselbe. Hier, dann kann der eigentlich weg. Warte, dann nehme ich was falsch noch raus. Dann haben wir ein Männchen, ein Weibchen. Oh, dann kann man mit Tochter und Papa weitermachen. Oh mein Gott, das klingt so eklig. Ja. Oh, das ist in Zucht. Auf jeden Fall. Okay, dann müsstest du die anklämen. Ach, die folgt dir. Okay. Ja, die folgen alle. Oder? Ah, die selbe wandering. Ach, die wandering. Ach, die. Ach. Ich mach mal, alle anhalten. Und... ...wann dann direkt hier. Wie die hier rumläuft. Okay, jetzt kommt... was möchtest du zuerst? Kikidi und Kalimero oder Snow und Kalimero? Snow und Kalimero habe ich zwei, Kikidi habe ich drei. Die werden definitiv nicht grün. Und Kikidi und Kalimero? Ja. Nee, Kikidi ist grün. Snow und Kalimero. Dann mache ich Kikidi erst. Das dürfte jetzt noch grün sein. Kikidi und Kikidi. Grün, langweilig. Grün, langweilig. Hä, was ist das denn? Ist das Blut? Oder ist das ein roter Kopf? Nee, das sah nur so aus. Das hatte ich vorhin auch. Da ist der unter die andere Eule gekrabbelt. Und plötzlich... warum hat die so viel Leben? Drei Hits? Krass. Okay, zwei habe ich noch. Jetzt kommt Snow und Kalimero. Das werden kommen. Da machen wir einzeln. Jetzt bitte Drillinge. Oder Drillinge. Männchen, Weibchen. Schnell füttern. Fuck this shit. Ähm... Ja? Was ist das für eine Farbe? Gelb! Das ist... fucking Gelb, man. Nee, komm mal her. Guck mal da drunter. Was ist das? Ist das von deinem Tier? Das ist blau! Das ist hellblau! Das ist eine Mutation? Ja. Das ist eine Mutation. Das ist eine Mutation. Sieht man doch. Nee, ist keine Mutation. 022. Doch, 122. Random. Auf der rechten Seite. Doch. Sieht man doch. Oh mein Gott. Das ist das hellblau. Dieses... Ja, unten am Bauch ist hellblau. Und die Füße. Hatte ich ein Level? Ich habe noch eins von Snow und Kigidi. Ah, 32 nur. Ja, egal. Okay. Die überhalten wir auf jeden Fall. Ja. Kommt auch gleich, ne? Ja. Oh. Oh. Hm. Nee. Nee, 30. Nee. Jetzt fällt mir die Farbe ab. Ich musste die mal eben anklemmen, damit du die hast. Ja. Ah. Stehen bleiben. Danke. Oh yeah. Oh. Okay. Die ist richtig hübsch. Ja. Bin gespannt, wenn die ausgewachsen ist, wie das blau aussieht. Ich auch. Ein Ei habe ich noch. Eins noch? Okay. Eins habe ich noch. Gut. Und jetzt bitte Zwillinge. Drillinge? Die gleiche Farbe in High Level. Hm. Ich verstehe. Aber der hat auch einen blauen. Der hat auch einen blauen Bauch. Willst du die behalten? Ja, eventuell wegen der Farbe, ne? Ja. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hellblau mit dem braun. Orange. Dann drück mal E. Mhm. Muss sie füttern? Ja. Hat die eine Mutation? Muss. Das ist blau. Ja, das ist keine Mutation. Naja. Hä? Wo kommt denn dann das blau her? Keine Ahnung. Ach doch, die eine hat ja auch blau. Ah. Achso. Kalimero hat einen blauen Bauch. Kalimero. Da. Der hat einen blauen Bauch. Okay, dann ist das doch nicht dieses blaue, was ich meine. Hm. Ist das dann dieselbe Farbe? Bei dem hier? Oh. Hm. Die selbe Farbe, oder? Ja doch, das ist dasselbe. Der hat den Bauch von Papa und die Flügelfarben. Und den Rest hat er von der Mutter. Ist beige-braun. Oh, bevor die stirbt, schnell Fleisch rein. Okay, die ersten fressen aus dem Futterdruck. Die brauchen auch hier wieder. Die kleine. Ich kann bei der eigentlich was rausnehmen, die frisst das aus dem Druck. Ja, ich würde immer so ein, zwei Stacks drin lassen. Ja, natürlich. Ach, die gibt's ja auch noch. Ich sag dir, irgendwann verlieren wir noch den Überblick. Aber das ist bisher das Highlight. Ja, das ist mein Highlight, ja. Die ist richtig toll. Also die müssen wir dann zeigen, wenn die ausgewachsen ist. Die anderen sind jetzt eher nicht so pralle. Weil wir die ja schon eigentlich haben. Von den Farben her. Die hier würde ich gerne zeigen. Die mit dem blauen Bauch noch. Mit dem hellblauen. Die sieht vielleicht dann ganz schön aus. Ja, weil die ist nicht grün mit dem blauen Bauch, ne? Ich glaub Calimero ist grün, oder? Äh... Ne, auch nicht. Nein, nein. Ich weiß nicht. Der hat irgendwie gelb, grün, blau, so alles. Ich finde, der hat einen blauen Bauch und dabei ist noch so gelb, was dann grün gibt, weißt du? Was dann dieses grün ergibt. Mal gucken, ob die hier genauso aussieht, wenn die erwachsen ist. Aber die sieht hinten heller aus. Die hat hinten noch weiß. Hat die hinten weiß? Ne, ne? Calimero hat kein weiß hinten. Oh, die Mama. Ist das Snow da oben? Ne. Ne. Ja, dann ist das eine Mischung aus beiden. Ich hab Waldmeister. Ach, Waldmeister hat noch drei Eier. Lol. Ach. Oh, die gelbe, ne? Ja. Ich fand das gelbe mit dem blauen. Das sieht richtig gut aus. So, ich komme. Na du, Gesundheit. So. Was ist das jetzt? Gerda und Grün Berlin. Okay, du kannst die Waffe verschärfen. Wird eh grün. Ja. Naja, die werden alle grün. Ich dropp mal alle. Ah, der Grün bringt dich nicht weiter. Oh. Okay, der ist nicht grün. Der ist nicht grün, aber... 136? Nee. Haben wir, glaub ich, schon hier vorne, ne? Ist einer. Jetzt ist wieder geschossen. Jetzt rennen die alle... Ne, die ist 54. Warte mal. Mit, mit der Beigen. Oh nein, renn die hin! Nein! Komm her! Oh nein, jetzt muss ich mir diese blöde Hütte abreißen. Ich werde doch einfach mit dem Wolf rein. Ah ne, die kommt wieder raus. Die kommt wieder raus. Irgendwie ist die Sniper voll komisch. Ich glaub, die Hitbox ist einfach nur komisch. So, war das jetzt mit der hier? Ja, die ist nur... Ach, die kann auch. Tod. Was? Ah nein, 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 nein! Die nicht? Die willst du da haben? Was hat die für'n Bauch? Ah, die, ne, 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 dann mach die weg. Schade. Okay. Bringst Baby fest. Und dann die jetzt hingelaufen. Komm mal mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Follow me. Follow me car. So, theoretisch muss ich jetzt in dem Prüfding. Ne, ist nichts mehr dran. Gut. Ich grad auch kein Ei. Ich glaub das nächste kommt doch erst in paar Minuten wieder, ne? Ja. Dann würd ich sagen, machen wir hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Ist schon wieder Zeit. Ist schon wieder Zeit. Oder? Bist du damit konform? Ja, würd ich sagen, ne? Ja. Und, äh, ich weiß nicht, vielleicht in der nächsten Folge zeigen wir dann, wie sie ausgewachsen aussehen, oder? Auf jeden Fall. Und ein bisschen leveln gehen. Ja. Leveln gehen. Also die kleine, zumindest, würd ich nicht zum Level nehmen. Ich hab ne 187 Damage, die wird wahrscheinlich sehr schnell sterben mit 1000 Leben. Ja, wird sie auch. Aber die nehmen wir weiter zum Farbenbrüten. Eventuell ne Mischung noch mit dem grünen. Vielleicht finden wir irgendwie noch im Schneegebiet einen High-Leveler, ne andere Farbe. Boah, am besten mit diesem Blau oder diesem Purple, was ich in den Flügeln vom PT hab. Das wär nice. Ja, ja. Gut. Und halt ne ganz bunte mit allen Farben. Ja, wir verabschieden uns und sagen danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.